In Hilbergers Beisel wird Ihr Gaumen gleich zweifach verwöhnt. Das Lokal vereint Restaurant und Weinbar und bringt steirisches Flair nach Kaprun. Auf der Speisekarte stehen herzhafte steirische Schmankerl und traditionelle Gerichte mit modernen internationalen Einflüssen. Sämtliche Nudeln, Soßen, Aufstriche und sogar die Desserts werden hier in Handarbeit aus regionalen Produkten hergestellt. Im Keller des Unternehmens wartet ein besonderes Gusto-Stück. Die hauseigene Winothek mit edlen, vorrangig österreichischen Weinen. Dort finden auch regelmäßig Verkostungen der neuesten Kreationen von Österreichs besten Winzern statt. Alle Räumlichkeiten sind gemütlich eingerichtet und im Sommer laden die Sitzplätze im lauschigen Garten zum Verweilen ein. In Hilbergers Beisel kümmert sich ein sehr engagiertes Team aufmerksam um die Besucher, die als Gäste kommen und als Freunde gehen. Ausführliche Informationen gibt es auf www.hilberger.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.hilberger.at 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 www.hilberger.at